Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Freitag, dem 12. März 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 969. Und heute habe ich die folgenden Themen mit für euch dabei. Einmal Huawei, ein zweites Mal Huawei, Mobile World Congress, 20 neue Spiele, ach ja, und dann noch was Kleines von Oppo. Ich beginne gleich mit Huawei. Die haben in Berlin einen ersten neuen Flagship-Store eröffnet. Trotz der aktuellen Corona-Pandemie, die nicht gerade einfach ist für stationäre Läden, und dem US-Embargo, was ja Huawei ziemlich stark zu schaffen macht, hat man den Store dennoch eröffnet, direkt am Berliner Q-Damm, da wo der Achim und ich letztes Jahr bei der IFA übernachtet haben. Da gibt es den neuen Huawei-Store. Da hoffe ich doch schwer, dass es in diesem Jahr eine kleine IFA zumindest gibt, dass ich den Store auch mal besuchen gehen kann. Interessant für all diejenigen, die aus Berlin und Umgebung kommen, es könnte sich lohnen, da vorbeizugehen, denn es gibt die eine oder andere Aktionswoche. Made My Day Aktionswoche nennt Huawei das Ganze. Dabei kommt zum Beispiel das Display, das neue, das 23,8 Zoll. Display für 129 Währungseinheiten. Der Screen kostet normalerweise 2,99 Euro und kann sogar im Store selber noch günstiger gekauft werden. Wäre ich in Berlin, würde ich da sofort hingehen, weil das Monitor-Teilchen würde ich mir schon gerne mal anschauen. Weiter geht es mit einem zweiten Huawei-Thema und das betrifft eine Erweiterung ihres Portfolios. Bei Smartphones ist sie aktuell schwierig mit Android, Amerika, Trump etc. Ist schuld an dem Ganzen. Und jetzt geht es in Richtung Desktop-PCs. Huawei hat ja schon länger auch mobile Rechner, in so einem Quatsch ich aktuell zum Beispiel. Also da ist die Software drauf, wo ich reinquatsche. Quatschen tue ich ins Mikrofon so rum. Und jetzt geht es im Bereich des Desktop-Gamings. Ein sehr kleiner, kompakter Desktop-Rechner soll bald schon auf den Markt kommen. Wann er nach Europa kommt, weiss man nicht genau. Man weiss zumindest, dass es in Frankreich eine erste Ankündigung gegeben hat. Offizielle Preisempfehlung liegt bei etwas um die 650 Euro. Ist ein AMD Ryzen-Sock basierter Computer, der nicht allzu viel Grafik hat. Ansonsten anständige Technik für immer in Betracht des Preis-Leistungs-Verhältnisses logischerweise. Auch das wird definitiv interessant. Weiter geht es mit dem Mobile World Congress. Da haben wir, habe ich das hier schon erzählt oder war das in der letzten Geeklog-News-Folge? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Barcelona, sprich der Mobile World Congress, will ja in diesem Jahr durchgeführt werden. Mit bis zu 50.000 Besuchern, zwingender Corona-Test, der negativ ist logischerweise, wenn man länger als drei Tage bleibt, muss man alle 72 Stunden einen neuen Test machen. Somit will man verhindern, dass das Ganze aus den Ufern geratet. Das Ganze getestet hat man in Singapur, bei der anderen Mobile World Congress in Asien. Da hat das Ganze funktioniert. Da ist aber das Publikum nicht ganz so international, wie es eben bei der in Barcelona ist. Die ja normalerweise im Februar ist und nicht im Sommer. Ich bin mal sehr gespannt, ob und wie das klappt. Und ja, jetzt gibt es Neuigkeiten. Ericsson hat schon abgesagt, Nokia auch und Sony. Sony meinte, sie können ihre Produkte besser auch digital vorstellen. Das funktioniert anscheinend für die. Und bei Nokia und Ericsson hiess es, man möchte vor allem die Mitarbeiter und eben auch die Leute, die da durchgeschleust werden, nicht unbedingt solcher Geschichte aus- oder eine Gefahr aussetzen. Dann gibt es, wie Anfang dieser Woche angekündigt hat, heute gab es Neuigkeiten aus dem Hause Microsoft. Der Xbox Game Pass wurde erweitert und zwar um 20 Bethesda. Und jetzt hoffe ich, habe ich es richtig ausgesprochen, nicht wie Anfang der Woche. Spiele. Da sind unter anderem mit dabei Doom in diversen Versionen. Also von der Original 93er über 2er, 3er, 64er in die Eternal-Version. Der Elder Scroll soll mit dabei sein. Der Evil Within, Fallout und Wolfenstein und so weiter und so fort. Ja, da macht doch das Gamen wieder Spass. Vor allem, wenn man den Pass schon sein eigen nennt. Und ja, dann heute war es am Mittag auch soweit. Oppo hat sein neues Smartphone-Flagshift vorgestellt, das Find X3 in drei verschiedenen Versionen. Light Neo Pro. Ich wurde nicht vorab mit irgendwelchen Infos gross ausgestattet. Und wir raten hier ja auch nicht unbedingt die Tech-Specs runter. Somit kann ich nicht allzu viel dazu sagen, ausser dass es anscheinend schnell sein soll. Und anscheinend auf das neueste Android zurückgreifen darf. Bei den Kameras haben sie ein bisschen was gemacht. Vor allem auch für die Videografen. Da bin ich mal gespannt, ob man da irgendwann in Richtung der iPhone-Qualität kommen kann. Und was haben wir sonst noch? Ja, am besten geht ihr ins Netz nachlesen, was da noch alles mit dabei ist. Beim Preis beginnt es um die 700 und geht etwas über 1.200, 1.100 Währungseinheiten. Mal schauen. Vielleicht kann ich ja auch wieder mal ein aktuelles Anschauen von Oppo. Ansonsten, ja, schaut es euch an. Und euch noch einen schönen und erfolgreichen Tag. Wenn ihr mögt, könnt ihr morgen, nee, ist ja schon Wochenende. Geniesst das Wochenende. Wenn ihr arbeiten müsst, arbeitet fleissig. Ansonsten euch ein schönes und erholsames Wochenende. Bis dann. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.